Hier noch übrig Da tatsächlich Ascination rausnehmen kann, schöner Wallbang da von Reason Einfach mal ins Blaue hinein, wortwörtlich gegen die CTs Da befällt Robzy hier, Double Kill gegen Robzy und Ratix, Momo kann bis zuerst da rausnehmen und der Triple Kill hier in dieser Runde im Retake Ascination, schöner Kill, da durch die Swag gegen Amrex von dem Anfang, da kann man den Planter verhindern und direkt hier der nächste Kill, der Triple Kill da hinterher, hat hier noch die Info gegen zwei Spieler von Pool, schöner Triple Kill da von Newbox und Robzy jetzt hier alleine gegen zwei Robzy, schöner Kill, gegen Reason da bleibt nur noch einer, Bombenkontrolle liegt jetzt bei Robzy, hat die Info, dass er ziemlich weit weg ist den Planter nicht mehr verhindern kann somit geht er hier, zieht durch Positionwechsel dahin Interessantes Morg auf jeden Fall Headshot geht durch, gegen Chosen geklatscht hier von Robzy